Wir sind dann jetzt wieder zurück bei einer neuen Folge, Friday the 13th oder Freitag der 13th, falls euch ein bisschen überbelichtet wirke, dann ist es tut leid, ich bin nicht anders, irgendwie spielt gerade mein Licht nicht mit. Wir machen mal eine kleine Runde, wie jedes Mal, ihr wisst ja, kleine Runde, ihr wisst, was ich auf was ich hinaus möchte, ist eigentlich scheißegal, wir zocken jetzt einfach, so einfach ist das. Ich habe als Jason präferiert, das heißt, ich dürfte, wenn kein anderer als Jason ausgefehlt ist, als Jason reinkommen, aber falls irgendwie andere Leute, keine Ahnung, die random Würfelei gewonnen haben, dann kommen die als Jason rein, ich bin wieder Überlebender, wie immer, und sterbe als erstes, wie immer. Ja, ich labere gerade zu viel. Ja, Facecam ist dabei, letzte Runde war sie ja nicht da, drauf geschissen, jetzt ist sie da. Es war leider so, dass ich bei OBS, ähm, den Layer von der Facecam weiter nach unten gesetzt habe, sodass der unter dem Bild war, war halt nicht so geil. Und ich frag mich, wieviel ich hier eigentlich noch reden muss, ich mein, am Mitte, wo wir eine Runde befinden, hier, oder nicht? Checking Session for Room. Was kann ich euch zeigen? Irgendwas aus meiner Kindheit? Dieser Stift hier. Der hat mich durch Generationen begleitet. Ja, sogar meine Mutter hat diesen Stift schon vor meiner Geburt. Nee. Ich hab's. Ich muss das mal da machen, ey, ganz ehrlich. Eine Minute für 23 Sekunden bin ich hier schon am Suchen, irgendwie kommt hier einfach gar nichts. Boah, keine Ahnung, wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt, dann schreibe ich in die, dann guckt bitte in die Kommentare, ich schreibe nämlich rein, ab wann ihr weitergucken könnt. Oder spult einfach weiter, wie ihr wollt. Ich schreibe es trotzdem in die Kommentare rein. Great, World War II ohne Harkunkkreuze, Deutschland. Mann, es kommt schon, was soll der Wichs? Ansel. Ich bin da zocken, da bin ich doch gar nicht, hallo? Ich zahl dafür. Noch geht's eigentlich nicht. Ich zahl gar nichts. Ich bin eigentlich... Ich zahl nichts. Ich bin nicht zahlungspflichtig. Das Einzige, was ich zahlen muss, ist mein Handyvertrag. Der läuft auch bald aus. Momentan bekomme ich alles finanziert, ja, von meinen ganzen Sponsoren, die hinter mir stehen. Unter anderem IGN, GNI, Chinchin, Chinchin, Timtymony, Timtymony, Timtymony... Nee. IGN steht nicht hinter mir leider. Ich wünsche euch, wenn die mir ein Netzwerk... Würde ich mit Sicherheit einen Haufen Gewinn machen, aber... Wird wohl niemals passieren. Jason Whoreez! Oder Warheez, ich weiß nur noch nicht, wie er ausgesprochen ist, beigetreten. Den Jungen gucken wir uns an. Sieht halt aus wie Jason Boreys, ne? Ja. Ja, 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 ja. Hey, Dude, listen to my sexy voice. Wollen nicht. Keine Ahnung, was da los ist. So. Jetzt schneiden wir uns hier mal fest. Natürlich bin ich nicht Jason geworden, war ja klar. Gehen wir erstmal in die Scheune, denn da gibt es eine Waffe. Also ich hoffe auf eine Missgabel, auf, was weiß ich, eine Maräte oder auf eine Falle. Stimmt, da gab es ja zwei Fallen drin, die ich jetzt eigentlich nicht platzieren wollte. Ich wollte die eigentlich aufheben, aber ist ja auch jetzt theoretisch Wurst. Bist du mein Bruder? Ich habe meinen Bruder gegessen. Bruder, ich habe dich nicht so lange gesehen. Ja, ja, wie geht es dir? Oh Bruder, wie geht es dir? Ich bin gut, wie geht es dir? Ja, ich auch, ich auch. Oh, schön, diese Muskeln. Diese Muskeln hast du? Ja. Und diese Brüder, schön. Danke. Kein Problem, du bist willkommen. Es ist eigentlich eine schlechte Entscheidung, hier ins Haus gleich reinzugehen, denn, wie wir alle wissen, ist... Ich habe den Boden, Bruder. Nice one. Ist hier im Haus. Ist das Haus hier eigentlich... Der erste Suchort des Killers. Also, ich glaube, ihr habt seinen Namen gar nicht gesehen. Ich glaube, der... Also, er heißt Anakin FR. FR, Entschuldigung. Sind sie alle Infobesverfahren? Oh, ich bin ganz sicher. Ähm. Valky, ich bin da sicher,er du? Ich bin da sicher. Es ist ein super Mann. Ja, dass die Daier und da sicher ist. Ja, das Gehensgerollen in das wird. Es ist ein guter Mann, ja. Wie ist das? Ich habe mich gerade fertig gemacht, wenn mein Englisch nicht perfekt ist, oder was? Ist einfach gar nichts? Kann ich auch machen? Oh, oh, ja, äh, woher? Oh, hier. I don't want you to be killed, brothers, I'm just gonna lock the door for you. Oh, wow, 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 wow. Be careful, bro. Um, okay. There you go. Did she hear that sound? A girl screamed. Yeah. Where are we going? Uh, nowhere. There he is. Jason, you're the fake Jason? I'm not fake. Of course you are. Yeah. Tell me one reason or two. Look at, look at the leaderboard. Just look at it and you will see. Yeah. Of course. He's a little fake Jason. The game is like, no, you can't be able to because I'm going too hard. I don't know. I'm sure he has a hard penis. I'm sure he has a hard penis. So, the door is open. ZACK! Men spray. Chaser. Yo, Bugsy bro, Toxic, do you want a men spray? Oh, yeah. Yeah. I got two. Here, take it. Thanks. Pro- no problem. You're my brother from another Mata. Oh, the two-seater is fixed. Someone is starting it right now. I will stay here. They are probably going to come and fuck them up. Yo, Toxic. Did someone find a second map? Found a second map, sorry? No. No? No. They are at the bridge. I think he is in Gaul room. Show. What is it in the house? Yo guys, let's go take the car. It was like Sam Winchester from the Metro. But, the problem is only two people can go in the car. Okay, my brother and myself. All of them, they are moving the car. I think I can see them over there. No, no, no. Let's fix the four-seater instead. Because Jason is guarding it. Run! Run! I got no stamina. Eh, stamina. Wait! Watch out, Bugsy! Shoot! Oh yeah. You got him. Hey. Run! I-I thought you were going to generate. Uh, no. He's moving. Hey, start the car. Oh, stupid. Are you serious? Let me drive. Let me drive, Jason. Let me drive, Jason. Let me drive, Jason. Jason. Bye. Help me! Let me regenerate. Thank you. Brother! Okay, all set. Time to get out of here. Come drive over me, please. Back up the car. Brother! Get the car. Come on! Nice one! thank you oh shit oh shit fuck no i didn't mean help save yourself my brother's dead he's gone i will not forgive you monster oh oh hi that was my headshot i mean i am people are telling me that i'm a good driver but i screwed up at that point goddammit how i miss you i miss you too is it okay if i send you a bro request yeah of course i'm sorry for my bad english i'm a german guy okay sam winchester is dead my father that was brutal why didn't you take the driver you this is just tommy charves which i have mentioned in the last episode i think or not i don't know so toxic where are you from from germany from germany yeah oh fuck you're from america right wait what you're from america right no i'm from sweden sweden oh so i can actually speak a little bit german oh okay um say something in german but but you need to say words that are similar to swedish okay wait 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 i i actually had the lesson in school um today in german oh i forgot the meaning oh okay okay the basics the basics the basics hello hello beginnest you wait wait what what's your name in how do you say what's your name or my name is in dutch or i mean no in german in german wie heißt du mi heihtu ja wie heihtu mi heihtu welcome to sweden mi heiht Jonathan jonathan ich heihe manuel what mein name is manuel ich heihe manuel Wie der Fußballspieler? Manuel Neuer, ja. Was ist da? Ich bin noch nicht da. Oder für meine deutschsprachigen Zuschauer. Oder für mich selber, denn... Ich rede halt gerade mit dem Englischen. Beziehungsweise in Schwedischen... Wenn du ein Graschen bist, dann werde ich dir nur sagen, ist nein. Ich habe nichts verstanden, egal. Ich rede gerade mit dem Schwedischen Typen. Und bin da gerade ein bisschen konzentriert, sorry. Und auch für mein gebrochenes Englisch, sowas auch Leute. Ich weiß, es ist so gebrochen, dass ihr teilweise brechen müsst. Das heißt, es ist... Ich weiß, es ist auch ein Kriegs verursacht. Das braucht mir keiner sagen. Aber... Ich muss mich auch irgendwie mit meinem Bruder verständigen wissen. Ist mein Bro. Ich meine, ich sehe ja gleich aus wie er. Ist ja ein Kollege von mir. Er ist mein Bro. Wir haben uns schon Ewigkeit nicht mehr gesehen. Als wir drei oder vier Jahre alt waren, wurden wir getrennt zusammen. Oder auseinandergezogen, sozusagen. So, Jason, how was your day at school today? Good, hm? Also, sein Schulzeit war gut. Oh, das ist gut. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Wahrscheinlich er hat er am Morgen wieder Schule. WTF? We started that Monday. You can't get over it. We started that Monday. We started that Monday. You know the kids in Russia, they start in the beginning of April and end in September. What? Yeah. Like half a year? If I started school two weeks ago, I would be fucking toxic. In Germany, it's September 2. The start of school is September 2 in Germany. Is start school September 2? What? Oh, you said something about September 2. Yeah, the start of school is September 2. In Germany. Serious? Yeah. Why did he go for me and not for you? No, I don't know. No. Yeah, no. It's only lower parts. No. One, two, three. Oh. What's up? Damn, I'm bad at German. Germany. No problem. I'm bad at English. Pretty sure he thought that crap was gonna stop me from getting in the car. You have a mic? Yes, I have a mic. I'm still talking to you. Whoa. I only talk when I got something to say. I only talk when I got something to say. Why did you leave Lars behind? I... Man, with how often he stopped the car, I didn't get a chance to go back for him. Aren't you a good driver? No. Fuck no. I'm the one that jukes Jason and fucking hits Jason. I'm not the driver. Oh, alright. I'm the driver. Is Anakin your real name? No, my real name is Yannatan. Yannakin. Yannakin? What's your real name? My real name is Yannatan. Okay. Jonathan. What? Okay, then you're a Star Wars fan, right? No. No? I... 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 I actually hate Star Wars. Okay, okay. I'm out. Okay, sorry. I'm out. Bye. Bye. I don't hate it, but... Fuck off. So. So ne Scheiße bräuchte ich mir gar nicht mehr anhören. Ne, ganz ehrlich. Der hasst Star Wars, dann hasse ich jetzt ihn. Oder auch nicht. Wir gucken. Wie es sich entwickelt. Bis zum nächsten Mal. Macht rein Leute. Bleibt doch zack. Tschüs! Tschüss.